Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich muss zuschlagen. Okay, gut. Hm. Der dürfte mausetot sein. Geh ich mal von aus. Ja, Bello. Ja, braver Bello. Ja, komm her. Ja, komm her. Ich hab doch gekontert. Ne? Dann auch mal tun, oder was ich will. Geht doch. So, vielleicht sollte ich mal wieder eine andere Waffe auswählen. So, Mix, kleine Sprösslinge. Hm. Die gehen mal ganz gut in Expertpunkte. Das ist gut. Äh. Äh. Yay. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz was testen. Schade. Ah. Das sieht ja herrlich aus. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich damit irgendwie was lösen könnte, aber... Haha, das Bild alleine. Ich muss echt sagen, Sharpie hat's verdient. Er ist ein Idiot. So, guck, guck. Und knuff. So. Muss ich da aber mal gucken. Hier gibt's doch garantiert irgendwo ein paar Ecken, wo ich mein neues Spielzeug einsetzen kann. Also die Enderhakenknarre. Hm, Moment mal. Das Ding hab ich noch nicht kurz geschlossen. ETF. Moment mal. Kann doch nicht sein, oder? Ah, und da ist sogar noch ne Trophäe übrig. Ich will wieder blind an Sachen vorbei, Archer. Ja? Geht doch. Danke. Ich hab ne Frigur. Yay. Glaub ich nicht. Eins, zwei, drei, vier. Oh, so viele sind doch gar nicht mal. Hm. Wobei, Moment mal. Der Richtung. Da ist ernsthaft noch ein Rätsel? Ach so, stimmt ja. Da gab's doch eins mit, äh, Gottems größte Familie. Da hab ich mich ja dumm und dämlich dran gerätselt. Lass mal schauen. Das war hier irgendwie seitlicher. What? Ach, ich kann die Pflanzen auch zum Klettern benutzen. Das ist ja mal nicht praktisch. Gefällt mir. Okay. Jetzt brauche ich erstmal einen Überblick. Wie war denn das nochmal? Gottems größte Familie? Vielleicht von da oben. Ah. So. Yay. Moment mal. Was ist das da hinten? Wayne Enterprises. Das muss es sein. Ich bin beeindruckt. Das war eins der Schwierigere. Boah. Wenn ich mal überlege, wie lange ich hier rumgetournt bin und gedacht habe, das wäre irgendwie eine von diesen Statuen. Und... Boah. Mein Ernsthaft? Das war so einfach. Ich mag die Rätsel, aber das war gemein. Okay. Aber wenn ich schon mal da bin... Na, 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 na. Ach, wie knapp. Okay. Muss ich aber mal was ausprobieren. Denn da hinten war doch der Weg, wo ich ins Anfangsgebäude kam. Kann ich da wieder zurück? Wo lande ich dann? Okay. Dann, da oben war es doch. Ah, da komme ich auch nicht hoch. Hm. Ich will da aber nochmal rein. Wie klappt denn das? Unterirdisch war ja, glaube ich, nicht drin. Hm. Naja, egal. Egal. Soll uns jetzt mal nicht weiter kümmern. Machen wir einfach mal wieder Story weiter. Äh. Wobei. Moment mal. Ich gerade hier stehe. Äh. Was ist das? Wötzen? Äh. I-wöt. Oh. Äh? Was ist denn da jetzt gerade explodiert? Hä? Ist da eine Pflanze, von der ich nicht weiß? Hm. Ah, tatsächlich. Da ist ja noch einer übrig. Und da hinten rennt ein Irrer. Ach, ich mache die noch schnell fertig. Ach, Moment mal. Da ist ja noch so ein kleines Vieh. Okay, ich räume hier jetzt nochmal schnell auf. Dann. Habe ich das wenigstens hinter mir. So, weg mit dir. So, und wo ist denn mein kleiner Beklopter? Guck, guck. Hallo, mein kleiner Freak. Kommt kuscheln. Ja, da ist er. Ja, da ist mein kleiner. Und auf die Ömme. Ah. Sie sind doof wie Brot, aber sie gehorchen aufs Wort. Alter. Wie viele von den Pflanzen gibt es hier eigentlich? Also wenn Meg sich fortpflanzt, dann aber richtig. Nicht schlecht. Da hat er sicher was vorgenommen. Flip. Ah, ich dachte schon, das wäre so ein Instant Dead. Geht eigentlich. So, und Knuff. Ha, ha, ha. Äh, Baum. Ha, Meg, du stehst mir im Weg. Also gehe ich um dich rum. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass ich hier wieder hinten muss. Ich glaube, hier gab es noch auch so zwei Ecken, wo ich jetzt hin kann. Hm. An der Seite vom Gebäude ist immer noch ein Rätsel. Ich dachte, das hätte ich jetzt vorhin gelöst. Komisch. Nö. Das ist echt seltsam. Oh. Ganz ehrlich? Ich würde Meg niemals mein Haus dekorieren lassen. Du hast weg hier. Ei, ei, ei. Okay, dafür brauche ich schon mal den hier. Jetzt muss ich mir mal nur überlegen. Gibt es hier irgendwo was, wo ich den Enderhaken brauche? Ich meine, ein, zwei Sachen gab es da. Na, ich werde es ja gleich sehen. Den hatte ich schon. Der war ja einer von den Romanversteckten. Jetzt mal gucken. Einmal hier rüber. So. Oh, hier hat er da. Wie ich mal einfach hängen bleibe. Grauenhaft. So, nochmal. Na? Geht auch. Äh, was ich jetzt mal ganz, ganz gucken möchte. Ist das ein Frosch? Ja, sieht nachher ein Frosch aus. Hm. Komische Statue. So. Äh. Versteckt ist hier nichts. Gut. Ah, aber da habe ich dann... Ne, nicht die erhoffte Aussicht. Vielleicht von hier. Ah, perfekt. Sehr gut. So, kommt ich denn da rüber? Ah, okay. Hier habe ich also keine Dunstwolke mehr, die mir das Leben schwer macht. Batman! Ich dachte, das Schlimmste wäre vorbei. Eine Pflanze kam durchs Fenster und hat sich den Kahn neben mir geschnappt. Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel überleben, aber... Es gibt immer ein aber, oder? Wo halten Sie Killer, Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Ja, das haben Pflanzen so an sich. Sie bringen einen um. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Pflanze sehe. Eine verdammte Pflanze, die jemanden zerreißt. Und was sagt uns das? Lass die Finger von Pflanzen. So. Ach, hier komme ich gar nicht mehr rein. Das ist ja doof. Aber was mir mal einfällt... Ich nehm dann doch nochmal hierher. Vielleicht haben die Pflanzen ja Wege geöffnet, die es vorher noch nicht gab. Hm. Ist vielleicht nur eine fixe Idee, aber es ist immer eine fixe Idee. Und deshalb gucken wir einfach nach. Ah, okay. Aber Hauptsache die Uhr dreht sich noch. Hm. Gut. Na, zumindest habe ich es mal kontrolliert. Das war mir die Sache wert. Den hatte ich schon mal. Gut. Hm. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich mich ja nochmal richtig großartig umgucken kann. Aber, hm. Scheint leider nicht so zu sein. Schade eigentlich. Naja, vielleicht kommt ja nochmal so eine Gelegenheit. Man weiß es nicht. Hopp. Hm. Und die Pflanzen sehen ja schon interessant aus. Nein, 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 nein. Keine Bewunderung für Meg. Nee, nee. Meg böse. Meg pflanze. Meg muss man abfackeln. Ja, da habe ich jetzt Meg gesagt. Meg, 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 Meg. Schleichwerbung. Meg. Hass mich dafür. Und? Flipp. Okay. Ich denke mal, wir sind doch eigentlich mal relativ weit gekommen fürs Erste. So. Dann würde ich mal sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt, Batman. Agnes. In dem Sinne Leute, tschö tschö und bye bye. Vielen Dank.